Warum guck ich eigentlich auf dem Map? Da ist doch nichts mehr. So, ultimative Kraft. Ultimativer Saiyajin. Nein. No, der Gogeta kommt. Was ich schade finde, dass das zweite Outfit von Gogeta nicht mehr enthalten ist. Mit seinen grauen Haaren. Das war ultimativ geil. Und wir haben Son Goku als Super Saiyajin 4 freigeschaltet. Und wie geht er als Super Saiyajin 4? Ist Pan jetzt auch da? Ja, und wir haben Pan in einem roten T-Shirt. Gibt's die noch anders? Ja, da rote T-Shirt 1, rote T-Shirt 2. Und die Yunfan-Explosion hat sie dabei. Der Wahnsinn. Wir haben sozusagen mit alle GT-Charakteren. Wir haben sogar zweites... Ah, jetzt machen wir sogar Super Genki-Dama als Attacke. Und viel bessere Attacken hier. Aber wir nehmen die Dreifach-Kombo-Kombo. Na, das wird lustig. Sasuke hat ja erstmal Pause. Denn ich teste jetzt erstmal alle GT-Charaktere. Und wir schalten bestimmt jetzt noch Gogeta frei. Und danach bestimmt die GT-Blöse-Wichte. Wie geht's, Kakaroff? Jetzt kannst du kämpfen, ohne nichts zurückzuhalten. Du bist fantastisch. Jetzt kämpfen wir. Das ist unser ultimatorer. Wir machen das. Wir machen das gute Kampf. Aber wie viel Kii! Wie viel verfickte nochmal Kii hat der! Oh, ja! Alter! Einfach mal awesome Kraftstark! Und ich vermute mich sowieso... Diese Variante ist eigentlich bestimmt genauso stark wie im Super Saiyan-Dot. Wo ist Goku? Das ist ein bisschen zu viel zeh. Das ist ein bisschen zu viel. Ah, komm. Du bist so süß. 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 Ich bin so süß! Du bist so süß! Was? Was? Dann zeig mir doch mal! Deinen ultimativen Gugeta hier! Oh, wir wollen aber da auf einer anderen Ebene kämpfen mit uns. Sollen sie ruhig. Oh, ist das leicht. Die GT-Saga hätte nie gedacht, dass die so leicht ist gerade. Na, wo bist du? Gugeta, ich hätte mich aufgeladen können. Du bist ja schon. Ich glaube, die Idee zum... Ich glaube, die GT-Saga hat nicht geholfen. Ich glaube, die GT-Saga hat nicht geholfen. Wow, du bist wirklich stark! Sollte mal ein 1000? Könnte sein, dass jemand anderes gleich... gleich skript? Okay? Hr... 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 Das ist doch geil wie auf die Kunde gemacht. In der Donner steht es auf die Kunde. Wenn du die Kunde hier entfdest, dann selbst zu drehen! Wefern zum Verständnis. Um so genau. Was alles kann sein? Komm, dieser Schlag war natürlich wieder sowas von ... Na komm. Dieser Schlag trifft einfach grad nicht. Und schon wieder die geile Musik. Auf ein neues. Alter. Oh Mann! Ich treffe den auch nie mit dem Schlag. Komm her! Ja! Nein! Schlag die mir doch nicht weg! Das war meine Chance! Das schnist! Ja! Du bist noch nicht in der Küche. Ich werde dich in einen Moment. Wow! You really are strong! Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Du bist wirklich gut trainiert. Wut? Aaaaaah! Nein, das Hitsch! Das Gaskin ist einfach so. What? What's the matter? Go, 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 go! Shoot! It looks like I didn't train enough! Nein! Du Pisse! Das war's. What's the matter? Wake up! Ich konnte mich nicht mehr heilen! Ja, komm! Komm, 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 komm! Und ich mach dann... Shoot! It looks like I didn't train enough! Huh? Huh? Thanks! Nice Shenron! I'll beat you in ten... No! Five seconds! Five seconds? Okay then, i'll help you! No more, I do not like Troublesome Things! I'll kill Troublesome Things! You okay? I was born from all the evil that I was born into the Dragon Balls. Only that adventure gave me the right thought. Standing against a Shadow Dragon is suicide. But for all of us, the notion is beyond reason. Exactly. It wouldn't be fun. Let me go alone for now. Oh stop. Mercy never helped any cause. I say we crushed them quick and easy. Why? How could I? Dude. Oh, there's so much Laufzaubergrad. Ah, come on! Wow! You really are strong! Wow, ich bin schon mal. I lost! Why?! Ah, ja. You okay? Hamehame? You okay? You okay? You okay? You okay? Oh, no! Opponent, you say? More like annoyance! Hamehame! I'll tell you just in case... That face didn't know! That's enough! It didn't hurt at all! Hmph! So that's the famous Super Saiyan 4. Ah! When I'm Super Saiyan 4... Even the scorching hot... ...of 6000 degree heat... ...it won't hurt me at all! Okay... I have enough energy capsules! But not enough time! You're doing well against me! Do you really think that will stop me? You're pretty strong! Do it! Do it! Don't overdo it! Don't overdo it! BOW'll! BOW! In y- In My Face, myn ich! Alter! Cune! BOW! Oh no! I mean you don't fight! Ach, die sind beide K.O. Komm schon, Oster, komm schon, Oster! Komm schon, Oster, komm schon, Oster! Komm schon, Oster, komm schon, Oster! Der hat mich ausgebrochen, der hat mich ausgebrochen! Dragon Fist! Oster, komm schon, Oster, komm schon! I don't believe it! You're seriously awesome! Oh my god! Was ein Kampf! Okay! 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 Okay!